Hallo zusammen! Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich darf euch jemanden ganz besonderen vorstellen. Und wer das ist, das zeige ich euch jetzt. Darf ich vorstellen? Meine wunderhübsche Stute, Navajo. Hallo Navajo, sag mal hallo. Ja, sie ist heute leider nicht so gesprächig. Navajo ist mein ein und alles, mein langjähriger treuer Begleiter. Ich habe sie mit 13 Jahren bekommen und Navajo hat auch am 24. April Geburtstag. Ja, da wird die Kleine 15 Jahre alt. Mein Gott, hey, so lange habe ich die schon. Unglaublich. Ja, sie ist ein ganz wundervolles Wesen. Ganz ruhig, ganz unkompliziert. Ja, guck mal Navajo. Hallo. Ja, also sie ist eher eine der chilligeren Sorten. Und ich nehme euch mal mit beim Ausritt und wünsche uns zusammen viel Spaß. So, also wenn ich nämlich sage, wo, dann halt, hält meine Stute an. Deswegen darf ich jetzt nicht so tief sprechen. Ja, also wir sind jetzt gerade im Trab. Ich hoffe, das geht mit der Kamera und es wackelt nicht zu sehr. Aber es lässt sich leider nicht ganz so vermeiden. Das hier ist jetzt auch eine meiner Lieblings-Ausreitstrecken im Gelände. Hier ist es eigentlich immer relativ ruhig. Man trifft, wenn, vielleicht mal einen Bauer, aber sonst wirklich gar keine Autos. Ja, sehr ländlich die Gegend hier. Aber wunder, 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 wunderschön. Ich hoffe, ich mache eine gute Figur. Meine Stute auch. Also Navajo kann ich immer ganz gechillt, einhändig, 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 so. Seht ihr die Rehe? Oh, ist das nicht herrlich? Da, Navajo, guck mal die Rehe. Siehst du sie? Oh, wie schön. Oh, ist das nicht herrlich? Also ich gebe immer Küsschen zum Galopp. Und Lobe ist quasi das englische Wort. Ja, ganz okay. Und jetzt mein Favorite hier oben. Herrlicher Ausblick. Also was ich ja mache, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Ich mache Westernreiten und da benutzen wir gar nicht die Zügel. Also man sollte sie nicht benutzen. Wir machen alles einhändig und das meiste geht über die Stimme. Und dann steuern wir übers Bein. Ja, so funktioniert das quasi. Navajo ist, auch wie ich schon sagte, einfach unheimlich cool. Ich kann mich jetzt einfach einfach so, ohne runterzufallen, umdrehen. Und wir reiten jetzt einfach mal wucken. Das ist ein Euro schön weiter voran. Hier ist jetzt auch ein wunderschöner Ort. Und zwar erinnert mich das auch ein bisschen an meine Kindheit. Hier sind meine Freundinnen und ich nämlich immer mit dem Skateboard runtergefahren. Das ist jetzt diese kleine Allee hier. Man merkt vielleicht auch, wie ich strahle. Ich liebe es einfach, mit meiner Stute ausreiten zu gehen. Man kann total abschalten. Ich denke mal, viele Pferdebesitzer unter euch oder auch teilweise die Hundebesitzer, die kennen das. Ich habe ja auch noch einen kleinen Hund, den werde ich euch auch bald mal vorstellen. Nein, es tut einfach so gut, weil die geben einem einfach alles. Die sind immer treu. Und ja, es tut der Seele einfach unheimlich gut. Man kann so wahnsinnig abschalten. Und das liebe ich auch einfach an diesem Job. Man ist immer auf, ja, man muss immer 180 Prozent geben. Und auch wenn es mal einem nicht so gut ist, muss man immer strahlen. Und hier ist es einfach so, wenn die Pferde mal schlecht gelaunt sind, ja, dann kriegt man die immer noch irgendwie korrigiert. Aber wenn der Mensch keinen Bock hat, dann hat er einfach keinen Bock. Und ja, die Pferde laufen einfach immer und die geben einem dann schon das Gefühl, wenn es mir mal schlecht geht, hey, guck mal, was wir hier für eine dicke Freundschaft haben. Und dann geht es mir wieder gut. Also das hier ist zum Beispiel auch ein Galoppweg von mir. Aber den galoppieren wir jetzt nicht hoch, weil ich euch eine andere Stelle zeigen will. Und die ist ganz da hinten. Tschüss. So, das ist jetzt eine Galoppstrecke von mir. Und die werden wir jetzt gleich hochdüsen. Navajo kennt die auch schon. Die denkt sich wahrscheinlich jetzt auch, entweder geil oder oh, nö. Na ja, probieren wir mal aus. Oh ja. Juhu. Ja, und schon sind wir oben. Das Schöne am Ausritt ist, mein Pferd frisst. Und einfach diese wunderschönen Blüten jetzt im Frühjahr. Wow, ich liebe Äpfel. Ja, die Ecke mag ich hier auch sehr gerne, weil hier... Hier klaue ich immer Äpfel. Ja, die sind voll lecker. Weil wenn man jetzt hier oben auf dem Pferd sitzt, jetzt sind keine da. Aber da kam einfach immer so... Diesen Apfel kriegt natürlich Navajo. Ich habe schon mal gekostet. Sehr, sehr lecker. Ja, das ist auch immer ganz cool, wenn man so ein bisschen größer ist. Ja, einer geht doch, oder? Ich meine, ist ja für den guten Zweck. Wir sind wieder zurück und Navajo kriegt jetzt noch was zu fressen. Abkippen. Ja, mehr. Und die frisst jetzt gemütlich mal. Wir fressen auf. Das war's von mir und Navajo, die wir jetzt einfach nur noch fressen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.